Der Herbst zeigte sich am Wochenende nicht nur in seinen schönsten Farben, sondern auch mit sommerlichen Temperaturen in NRW ebenso wie im übrigen Deutschland. Da hielt es kaum jemanden auf dem Sofa. Auch viele unserer Leser machten sich an diesen beiden Tagen auf zu einem herbstlichen Spaziergang oder sogar zu einem etwas längeren Ausflug. Und dabei entdeckten sie so einiges Pilze, die im Wald sprießen, herbstlich gefärbte Blätter in den leuchtendsten Farben, Spiegelungen in Seen und Bächen, Laub, in dem es sich die Vierbeiner gemütlich machten oder einfach nur wunderbare Aussichten ins Tal oder in die Stadt. So schön war das sonnige Herbstwochenende-Foto dpafrgwst. All diese Aufnahmen haben unsere Leser uns per Mail oder per Facebook zugesandt. Eine Auswahl davon haben wir in unserer Bilderstrecke zusammengestellt. Hier geht es zu den schönsten Herbstbildern. Mild soll das Wetter auch in den kommenden Tagen bleiben, auch wenn der Temperaturhöhepunkt des jetzigen Hochdruck-Einflusses an diesem Montag erreicht werden soll, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst prognostizierten. Mehr zum Wetter in den nächsten Tagen lesen Sie hier. Wetter in den nächsten Tagen lesen Sie hier.